So, Freunde, herzlich willkommen hier wieder bei Goodbye Deponia beim zweiten Part und wir müssen uns irgendwie vor den bösen Elysianen da oben retten, die uns gerade zerquetschen wollen. Ghoul hängt hier irgendwie wie so ein Schluck Wasser. Wir versuchen sie nochmal anzusprechen. Halte durch! Ich bin auf dem Weg! Auf dem Weg? Ja, Rufus. Wie ist sie da bloß rübergekommen? Vor allem, wie siehst du sie eigentlich? Zur Seitenwand. Na los. Rufus, du schaffst das. Ähm, Signal, wie... Oh! Interesting, meine Frapster geht gerade rauf und runter. Ich rendere gerade nur den ersten Part, aber es geht schon. Der Kran kann jeden Moment abbrechen. Ich muss jetzt irgendwas machen. Ja, was macht sie denn da auch? Ghoul, was treibst du da? Ich versuche das Kabel zu befreien. Ach, nun komm da bitte runter. Das ist gefährlich. Und ich dachte immer, du kennst dieses Wort gar nicht. Und ob gefährlich ist mein zweiter Vorname. Ich meinte eigentlich bitte, aber wenn du helfen willst, der Kran wackelt bedenklich. Du musst die Schrauben festziehen. Ähm, okay. Kein Problem. Äh, was für Schrauben? Was denn für Schrauben? Ghoul, was für Schrauben? Wo sind die Schrauben zur Hölle? Joa. Hufus, die Schrauben. Bünder bei. Haben wir irgendwas im Inventar? Nö. Aber hier fliegen irgendwelche Sachen vorbei. Ist auch schön. Da? Ist das eine Schraube? Hilfe zum Teufel. Was für Schrauben meint denn die Frau? Die macht einen hier ganz wuschelig. Den Kran. Aber welchen Kran denn? Fängt ja schon mal gut an hier. Ist das eine Schraube? Nö. Hufus. Was meint die denn? Mensch, schweib. Ach, Kranhalterung. Der Kran kann jeden Moment abbrechen. Ich muss jetzt irgendwas machen. Ja, müsstest du. Was? Er setzt sich drauf. Ein romantisches Plätzchen hast du uns da ausgesucht. Ins Theater wolltest du ja nicht. Die Sitze wären zumindest bequemer gewesen. Du könntest einen Anfang machen und die Schrauben festziehen. Ich versuche derweil das Kabel loszubekommen. Ist so gut wie erledigt. Ja, ich probiere mal mein Wesses. Achso, und dann geht die... Okay, probieren wir mal die linke. Oh. Hups. Hups ist gut. Oh nein. Kupos. Ich weiß schon, was passiert. Oh nein. Kupos. Kommst du voran? Ja. Es gibt Fortschritte. Gewissermaßen. Oh Gott, die Musik ist ein bisschen laut. Ich muss mal bei der Sound abgestimmt. Ich muss mal gleich was gucken. Oh oh. Ah! Hups. Was hast du getan? Das war ich nicht. Verdammt, Rufus, wir werden runterfallen. Werden wir nicht. Ich rutsche. Kein Problem. Ich halte dich. Oh Gott. Was? Oh, wie ehrlich. Oh. Nanu, wen haben wir denn da? Yeah, my goal. Oh nein. Nix machen. Na, Rufus, natürlich. Weißt du denn gar nichts? Und wer bist du? Ach, nur ein Fan. Beachtet mich gar nicht. Ein, was? Ein Fan? Genau. Aber mach doch einfach weiter. Vorher nur eine klipzig kleine Frage. Wie genau wirst du ihn ausschalten? Wie? Was? Na, welche spektakuläre Rufus-Manöver wirst du einsetzen? Ach so. Ja. Okay, ich werde ihn mit einem keratischen Spezialtritt überrumpeln. Ich werde ihm die Schnürsenkel zusammenknoten. An der ersten Woche, seit ich erinnere, wir sind den Knattern, werden alle sein können. Ich werde ihn mit meinem, was? Verdunkelungstaktik täuschen. Oder ein Profi verrät, nehmen alle seine Tricks. Kein Plan. Kommst vor. Pass auf, ich nehme die Schnürsenkel? Ja. Komm. Ich werde ihm die Schnürsenkel zusammenknoten. Er hat gar keine. Ein Detailshot. Lass mich nur schnell mein Teleobjektiv montieren. Ist ja ich jetzt hier. Bei euch ist wohl ein Ritzel rustig. Ich habe ja nicht einmal Schnürsenkel. Ja. Abbruch, Abbruch. Das Teleobjektiv ist da, aber der Adapter fehlt. Können wir die Schnürsenkel-Idee nach hinten stellen? Na gut. Eventuell. Dann werde ich ihn mit meiner Verdunkelungstaktik täuschen. Ich werde ihn mit meiner Verdunkelungstaktik täuschen. Aha. Eine Restlichtaufnahme. Dann lass mich schnell meinen Blitz auf höchste Stufe aufladen. Verdunkelung? Du blöpfst doch. Vielleicht ja. Vielleicht sogar unbedingt. Ich werde wohl trotzdem mal meinen Restlichtverstärker einschalten. Mist. So. Fertig. Du kannst loslegen, Rufus. Mann, das wird so ewig. Wer ist er? Wer ist er? Zwei. Ich bin blind. Ich bin blind. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Wow, du hast es wirklich geschafft. Tja. So bin ich eben. Wie hast du das nur hinbekommen? Warte auf das Foto. Und jetzt wirst du Goal retten. Nicht wahr? Nee. Ach so. Wie. Klar. Wie wirst du es anstellen? Alles zu seiner Zeit. Jetzt sollten wir uns erst einmal unterhalten. Ähm. Sollten wir? Von Fan zu Idol. Oh, was für eine Ehre. Oh mein Gott. Du bist also mein Fan. Mein Name ist Barry. Ich bin meilenweit gereist, um nur ein einziges Mal mit meinem großen Idol reden zu dürfen. Ja, dann lass mich doch auch reden, anstatt mich mit deiner inhaltsleeren Gita zu langweilen. Hm. Wir sollten die Zeit für ein Interview nutzen, wenn wir das... Wir sollten die Zeit für ein Interview nutzen. Wirklich? Solltest du nicht erst einmal Goal retten? Ach die. Alles zu seiner Zeit. Ein echter Held muss sich auch in seine Zielgruppe kümmern. Wow. Du bist wirklich der Größte. Hast du mitbekommen, wie ich Goal aus den Klauen des Organon gerettet habe? Natürlich. Die Geschichte, die du sie aufgefangen hast, als sie vom Himmel fiel, ist legendär. Fast so legendär wie deine selbstlose Entscheidung, sie vollkommen und eigennützig nach Elysium zurückzubringen. Legendär Epochal. Aha, das ist wahrscheinlich so eine kleine Zusammenfassung von Rufus. Es ist, ähm, schön. Das hätte ich dazu vielleicht noch gemacht. Hm, okay. Hast du gehört, wie ich hinter das Komplott des Organon gekommen bin? Na, aber natürlich. Du hast dich durch eine Hunderschap von Organon-Soldaten gefröchten, um die Wahrheit aus Kletis herauszuprügeln. So hast du erfahren, dass die Elysianer Deponia sprengen wollen. Sie wissen nicht, dass Deponia bewohnt ist. Oberkontrollrat Ulysses und sein Handlanger Argus halten diese Tatsache geheim. Und sie haben Kletis angestiftet, seinen Bericht dahingehend zu fälschen. Als wärst du dabei gewesen. Ja, okay. Vielleicht ein bisschen heroisch erzählt, aber ja, so ungefähr etwa. Weißt du, dass ich es war, der die Rebellion gegen den Organon aus dem Boden stampfte? Aber natürlich, auf dem schwimmenden Schwarzmarkt kam die die Idee, Mitstreiter im Kampf gegen den finsteren Fiskus zu suchen. Dort hast du Janosch, Galef und Leibold rekrutiert, die zufällig in einem Gurkenfass vorbeitrieben. Der weiß ja sogar die erfundenen Sachen. Ja, das stimmt. Das ist ja Goal, nicht schlecht wird hier hinten. Boah. 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 Ach, geil. Ist zu dir durchgedrungen, dass ich die Entvölkerung des rostroten Meeres vereitelt habe? Na klar. Du hast den Rebellenangriff auf einen Organon-Sprengturm angeführt. Dort hast du im Alleingang die Sprengklammern blockiert. Und obendrein noch Goal aus den Klauern ihres hintertriebenen Möchtegern-Verlobten-Kliefes gerettet. Genau so war's. Schön. Brauche ich es ja nicht mehr zu machen. Wie wäre es mit einer kleinen Fotosession? Ach. Großartig. Tja. Was wäre wohl ein geeignetes Motiv? Ich konnte dich fotografieren, wie du Goal rettest. Hm. Dann wäre sie auch auf dem Bild, oder? Würde das nicht zu sehr vom Protagonisten ablenken? Ganz im Gegenteil. Es würde deine Selbstlosigkeit unterschreifen. Meinst du? Na gut. Dann halt sie dich mal bereit. Und schön aufpassen, dass meine Selbstlosigkeit mit aufs Bild kommt. Ist er überhaupt hier auf diese Trasse gekommen? Barry. Ein Fan. Es gibt's nicht, es gibt's nicht, es gibt's nicht. Eigentlich hätte ich doch schon viel früher eintreffen müssen. Können wir vielleicht nochmal mit dem Quatsch? Wir sind gespannt. Wie die Windhose bei einem Flugschnabeltier-Ei-Katapult. Oh. Wie lange beobachtest du dich eigentlich schon? Oh. Eine ganze Weile. Puh. Unheimlich. Unheimlich angemessen. Die Schnabeltiere waren immer so süß in dem zweiten Teil. Die Kanone ist so montiert, dass die Achse direkt im Schussfeld liegt. Oh, oh, oh. Erfrischt und unvorsichtig. Warte, Goal! Ich schieße dich frei! Nein! Alles! Nur! Das nicht! Ja! Ich bin ein Kanonierass! Ah! Mist! Die Kanone hat einen Linkstrall. Dann müssen wir sie einstellen. Was ist das hier? Ein Knopf? Ein roter, blinkender Knopf. Drücken wir ihn doch einfach mal. Was soll schon passieren? Ein Hebel? Genial! Du hast die manuelle Geschwindigkeitskontrolle des Kreuzes gefunden. Genau! Manuelle Dienst. Ich spüre ein weiteres brillantes Rufus-Manöver nahen. Spüre bitte, ohne so einen Knach zu machen. Ich denke, wir halten das Ganze mal an. Kommt jetzt die extreme Action? Die was? Na, die Action! Ein super extremes Rufus-Manöver! Ja, genau. Äh, voll extrem. Ach, ich bin ja so gespannt. Oh nee, soll ich jetzt extra beschleunigen? Rufus! Kommt jetzt die extreme Action? Ja, ist okay. Ein Zoom-Manöver! Mhm. Oh, Fus! Oh, 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 oh! Äh, aha! Du beschleunigst den Kreuzer, anstatt ihn zu stoppen, wie es alle anderen getan hätten. Alle anderen sind ja auch Idioten! Und dass der Kutter zwischen die Zahnräder gerät, ist sicherlich auch ein Teil deines Plans. Richtig? Äh, genau! Magst du nicht vielleicht doch nochmal abbremsen, Rufus? Rufus, du solltest es nicht noch schneller machen! Uiuiui, Uiui, es brennt! Oh, Rufus! Dein Fan brennt! Oh Gott, die arme Goal. No. Rufus. Die arme Goal. Ein Schlauch? Nöten wir auch mal mit. Jetzt hab ich's gar nicht angeschaut. Wir benutzen den Schlauch mit der Kanone. Zum Abschießen natürlich und dann retten wir Goal. So ist es gedacht. Das funktioniert sogar. Oh Gott, der arme Beryl. Hey, aufwachen! Du verpennst den Höhepunkt meiner Uneigennützigkeit! Verdammt! Oh, grausames Karma. Wer dokumentiert jetzt meine selbstlosen Heldentaten? Ach, Rufus. Wollen wir nochmal den Hebel drücken? Hahaha. Das ist schon die Maximalschwindigkeit der Organon via Leib und mit dieser Spaßbremse. Na gut. Goal. Jetzt aber vielleicht bremsen? Das ist schon die Maximalschwindigkeit der Spassbremse. Ja, gut. Okay, danke. Na toll. Willst du die Munition alle? Goal. Goal. Goal! Ich rate dich! Ah, Schlauch. Man versteht kein Wort. Die Hälfte kommt bei der anderen Seite an. Ja, denn... Das Schlauch. Ja. Ähm, Goal. Was soll ich denn verdammt nochmal machen? Warte, da ist das noch... Halt, halt! Mir wird ganz übel. Die Feueraxt. Nein, nein. Weg, Inventar jetzt. Nimm's weg. Geh! Halten! Was für ein Held! Ach du, meine Gitarren! Der Kutter war kaputter als die Waage von Tunis Mutter. Das Futter war alle und die Rute noch weit. Doch die Stimmung war guter, war alles in Buta. Nur irgendwann machte sich Müdigkeit breit. Denn ab hier mussten Rufus und Koya zu Fuß los. Nicht tragisch, so ein Fußmarsch macht ja doppelt so viel Spaß. Mit einem peppigen Lied auf den Lippen. Um diesen Sachverhalt zu unterstreichen, flut ich jetzt die Gesangskabine des Chors mit Heliumgauss. Das Futter war alles in der Lippen. Wie ich diesen Organum mit meiner Schattenattacke ausgeschaltet habe. Habt ihr das gesehen? Zum tausendsten Mal, Rufus. Das war so lässig. Man nennt ihn Rufu. Rufu. Und jetzt alle. Rufus ist der Mann, der die Lästigkeit erfand. Wodurch hör dich nicht. Zum Strand. Was? Ey. Wo wollt ihr denn hin? Da unten ist ein Hotel. Ich muss mich dringend waschen. Besonders die Ohren. Aber, aber... Gohl? Komm schon, Rufus. Bist du sauer? Dreckig. Zerschunden. Gedemütigt. Das ja. Aber sauer? Nein. Das war schon irgendwie lässig. Okay. Ja, dann sind wir hier im neuen Screen angekommen. Und auch hier werde ich wieder sagen, ich werde mal eine kleine Pause machen. Und wir sehen uns dann hoffentlich im dritten Teil von... Oder im dritten Part von... Ich wollte schon sagen Chaos auf Deponia. Nein, wir sind ja im dritten Teil im Goodbye Deponia. Und ich hoffe ihr schaltet wieder rein, ne? Bis dahin, Freunde. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.